Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen mitzuteilen, welche Ehre es für uns ist, dass Irland als erstes Land außerhalb des Kontinents den Staat der Tour de France ausrichten darf. Tom ist einer der Fahrer der Tour de France, die Samstag startet. Wirst du gewinnen? Nein, ich bin ein Supportfahrer. Der Kapitän gewinnt. Also nutze ich meine Energie, sodass er am Schluss gewinnt. Aber wollen Sie nicht auch mal gewinnen? Jeder Fahrer würde gerne mal gewinnen. Das ist ein Traum. Ich hab gehört, das ist deine letzte Tour ziemlich hart. Wie sieht's aus im nächsten Jahr? Mein Vertrag. Du näherst dich der 39. Was erwartest du von mir? Das Team ist jetzt das Wichtigste. Keine Ablenkung. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Wenn du's nicht riskierst, gewinnst du nicht. Dann gib's mir, gib's mir. Ein Wunder, dass du überhaupt noch aufwachst. Alle machen so. Dein Job ist zu verlieren. Du darfst nicht mal gewinnen. Verfickter Berufsverlierer. Die Tour startet morgen 10 Uhr früh. Nach dem Grand-Depar endet dein Vertrag. Du bist frei. Ohne Fahrrad bin ich niemand. Drei. Drei. Eins. Drei. 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 Vielen Dank.